Schönen guten Abend und willkommen zu Lotto am Mittwoch, immer natürlich live hier aus Saarbrücken. Ja, nicht nur bei den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag wurde Geschichte geschrieben, nein, auch hier bei uns im Lotto-Studio. Und das Spiel 77 war der große Gewinner vom vergangenen Samstagabend. Warum, verrate ich Ihnen gleich. Jetzt starten wir erstmal in eine neue Ziehung. Kugeln und Geräte sind natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft worden. Wir können also loslegen. Ihnen allen jetzt viel Glück. Los geht's mit unserem Jackpot von 6 aus 49. Der hat sich wacker gehalten und darf auch heute wieder mitspielen. Nachdem auch am Samstag kein Spieler einen Super-Sechser hatte, freuen wir uns heute auf einen Jackpot von rund 4 Millionen Euro. Und hier kommt schon Lottozahl Nummer 1. Die 26. 13 Mal haben wir jetzt nun versucht, die Millionen vom Spiel 77 unter das Volk zu bringen. Wir haben es auch geschafft, aber eben nicht wie geplant. Lief ein bisschen anders. Hier aber erstmal die nächste Lottozahl für heute. Und das ist die 9. Zum ersten Mal in der Geschichte vom Spiel 77 gab es eine Zwangsausschüttung. Also auch am Samstag hatte kein Spieler die siebenstellige Gewinnzahl auf seinem Schein richtig. Und weiter geht's beim Lotto mit der 29. Gut für die darunter liegende Gewinnklasse. Normalerweise gibt's ja für sechs wichtige Endziffern 77.777 Euro. Dieses Mal war das ein bisschen mehr und elf Spieler hatten das Glück. Weiter geht's mit der 35. Rund 9 Millionen Euro galt es auch zu teilen. Somit darf sich jetzt jeder der elf Spieler über rund 900.000 Euro freuen. Also fast das Zwölffache als normal. Die vorletzte Zahl, die Elf. Und die glücklichen Gewinner, die kommen viermal aus Baden-Württemberg, zweimal aus Bayern, einmal aus Hessen, einmal aus Niedersachsen, zwei aus dem Saarland und einer aus Schleswig-Holstein. Glückwunsch dazu. Kommt ja nicht oft vor. Und hier jetzt die letzte Lottozahl, die 46. Das sind sie, die sechs Richtigen am heutigen Mittwoch. Und eine fehlt natürlich noch, wie immer, die Superzahl. Und um die kümmern wir uns jetzt. Ich drück noch mal die Daumen. Viel Glück. Insgesamt sind es heute bei uns 14,7 Millionen Euro in der gesamten Ausspielung. Und es geht heute mal nicht um das Spiel 77, sondern wir konzentrieren uns wieder auf unseren Jackpot. Und der steht ja heute, wie gesagt, bei rund 4 Millionen Euro. Und diese Superzahl brauchen Sie, die sechs, um da ranzukommen. So, dann kontrollieren wir doch noch mal ganz in Ruhe Ihre Lottozahlen mit unseren. Vielleicht stimmt es ja. Gucken Sie mal. 9, 11, 26, 29, 35, 46. Und die Superzahl 6. Und wenn es vielleicht beim Lotto nicht geklappt hat, klappt es vielleicht bei den Zusatzlotterien. Die Zahlen, die gibt es jetzt. Wie immer natürlich im Vorfeld zur Live-Zübung ermittelt. Und wir beginnen mit dem Spiel 77, 8, 6, 5, 7, 0, 9, 9. Und Super 6, 6, 3, 1, 0, 8, 0. So, damit sind wir schon wieder durch. Das war Lotto am Mittwoch. Alle Gewinnzahlen finden Sie natürlich wie immer nochmals bei uns im Internet auf lotto.de. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am Samstag. Und eines kann ich jetzt schon versprechen. Pünktlich um 19.25 geht's los. Bis dahin Ihnen allen noch einen schönen Mittwochabend. Tschüss. Tschüss.